Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Diesen-Auftrag, Woche 5. Und zwar erhalte in einem Match Schäde durch kleine Schäde Tränke. 75 Schäde, 20.000 XP. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Ja Leute, hier sind wir schon in einem Gruppenkeil-Modus. Hier haben wir auf jeden Fall zwei kleine Schäde. So, zack, die muss man einmal trinken. Einmal, 25. Noch einmal trinken, 50. Jetzt müssen wir uns, dass ein Gegner uns Schaden zufüllen. So, zack. So, zack, er hat uns jetzt Schaden zugefüllt. Jetzt trinken wir noch einen. Das waren jetzt 75. Und somit haben wir den Auftrag auf Hilfe abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da. Abonniert gerne meinen Kanal, das Glocke aktiv, dass ich keine Videos mal verpasst. Und ich würde sagen, es war schon mit dem Video. Und ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss.